Wie werden wir 10 Milliarden Menschen ernähren können? Wir haben uns gefragt, wie werden wir 10 Milliarden Menschen ernähren können. Und dann fanden die Kinder da, wow, das ist eine richtig interessante Frage, weil wir gehören auch dazu. Das war unglaublich spannend, weil sie wirklich für, also erstens, wo sie ihre Schwerpunkte sich gesetzt haben. Natürlich als Prenzlauer Kinder haben sich viele so gefragt über Bio, Bio-Produkte, Essen. Da haben sich wirklich Kinder aus meiner Klasse einfach auf den Weg gemacht am Wochenende zum Öko-Bauernhof irgendwo in Brandenburg, um genau zu gucken, wie das funktioniert. Und die Produkte, das waren herrlich. Also wirklich wie zwölfjährige Filme drehen, Podcasts herstellen oder Stop-Motions-Filme. Das ist grandios. An dem Tag muss es abgegeben werden. Es war alles da. Es war wirklich alles da, ohne dass man eine einzige Sekunde meckern musste oder irgendwie schubsen musste oder überhaupt nicht. relativ schnell. �